Ich mach gerade ein Filmchen. Ja, ja. Das ist super, ich mach zwei Fotos und die Patrice kaufen lassen. Das ist schlecht. Boah, hast du ein Eichen? Ja, der Eichen habe ich gehört. Das Foto, also du musst das doch noch filmen. Ja, kannst du eh ruhig reden. Nein, wir müssen dir was zeigen. Ach so. Foto zu sein. Genau richtig, oder? Wie er gerade ausgestoßen hat. Na und die Psssss. Ja. Wie er gerade ausgedampft hat. Jetzt müssen wir auf der Brocken oben stehen. Ja, das werden wir ja irgendwann machen. Nein, man, da war ich nicht angeschwört. Ach, ach so. Ach, ach so. Hier ist noch ein Feld. Ich bin ja jetzt brauche. Vielen Dank.